Ein, zwei, drei, vier! So, da sind wir wieder. Diesmal auf der Map-Warp-Bine und wir haben schon die erste Runde verpasst. Und der Boss ist Fujiwawa no Moko. Das heißt, es sieht nicht gut für uns aus. Das war ein guter Taunt. Wow, 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 nice! Das war echt gut. Okay. Okay, Sexton Hale. Vielleicht doch nicht. Hm. Drei Runden schon vorbei. Und gerade mal eine Minute. Okay. Oh, Schach. Ah, da müssen wir aufpassen. Da drüben. Den kann man leicht verwechseln. Was macht er da? Wir haben zumindest einen Backstab gekriegt. Das ist schon mal was wert. Oh, das ist ein Getrümmel hier. Und noch ein Boss tot. Meine Güte. Das könnte das kürzeste Video überhaupt werden. Allerdings hoffe ich das mal nicht. 2, 2, 1. Beginn. Hoffentlich dauern die letzten beiden Runden jetzt noch ein bisschen. Ah. Da kommt er. 1, 2, 1. Ups. Geh doch nicht auf mich los, meine Güte. Nimm jemand anders. Ah, nicht gut. Okay. Okay. Ein bisschen heilen lassen. Oh, komm schon. Warum? So. Okay. Gut. Wir wurden nicht umgebracht. Das ist schon mal positiv. Ein bisschen heilen. Diese Reichweite, ey. Der hat ganz so an Nassern geschlagen eigentlich. Was? Oh, Mann. Was? Das war's für heute. Zwei noch übrig. Mal sehen, wie lange der Scout noch überlebt. Der Demo ist so ziemlich tot sobald... Er ist jetzt tot gleich. Jetzt weiß der Boss nämlich, wo er ist. Wow. Hat er sich selbst in die Luft gesprengt? Okay, dann die letzte Runde jetzt. Fünf, vier, drei, zwei, vier. Okay. So, mal verkleiden. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da kommt er. Ups. Schnell zurück nach oben. Hm. Mit dem Pyros da traue ich mich nicht wirklich einen Backstab zu versuchen. Na, so wird das nichts. Und wir können nichts sehen. Ha, wieso bin ich hier unten? So, bald habe ich doch mich... Habe ich mich doch gar nicht bewegt. Oder doch? Wir treffen ihn nicht mal. Wir treffen ihn nicht mal. Gut, gut. Gut, gut. Sechs Leute sind wir noch. Fünf... Sieht auf jeden Fall nicht gut aus mit dem restlichen Leben noch. Ich kann nichts sehen. Oh, komm schon. Ich kann ihn nicht sehen. Mist. Das war nichts. Mit dem Teleport hatten wir ein bisschen Pech. Okay, das war schon die letzte Runde. Naja, ist nicht mein kürzestes Video, schätze ich mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Web. Bis dahin.